Bassano del Grappa Bassano del Grappa ist die zweitgrößte Stadt der italienischen Provinz Vicenza, die zur Region Venezin gehört. Unter dem deutschen Namen Bassan ist der Ort heute in Deutschland kaum noch bekannt. Die Stadt hat einen pittoresken, historischen Ortskern. Wahrzeichen ist die alte Holzbrücke über die Brenta. Die umgebende Hügel- und Vorgebirgslandschaft trägt zusätzlich zum idyllischen Stadtbild bei. Hintergrund wie archäologische Befunde zeigen, gab es schon ab dem 2. Jahrhundert eine Besiedlung. Eine erste urkundliche Erwähnung findet sich in Dokumenten aus dem Jahr 998. Hier werden eine Burg und eine Pfarrkirche in Quellen erwähnt. Ab 1175 gehörte die Stadt zu Vicenza, danach zeitweise auch zu Padua, bis sie 1404 unter venezianischer Herrschaft kam. Erst durch Napoleons Feldzüge und die hierdurch verursachten politischen Umwälzungen kam Bassano 1866 zu Italien. Die Stadt liegt an der Brenta zu Füßen des Monte Grappa, der auch der Namensgeber der Gemeinde ist. Mit dem Flugzeug der hauptsächlich von Rainer genutzte ist gut 45 Kilometer entfernt. Mit Bus und Bahn braucht man von dort rund anderthalb Stunden nach Bassano, via Castelfranco Veneto oder Noaelskotze. Vom größeren Marco Polo sind es rund 70 Kilometer, mit Bus und Bahn knapp 2 Stunden, via Mestre. Mit der Bahn am Bahnhof Bassano del Grappa halten zweimal pro Stunde Regionalzüge von nach Venedig, Fahrzeit 1 Uhr 10 bis 1, 20 Stunden, über Mestre, eine Stunde, Noaelskotze, 40 Minuten, und Castelfranco Veneto, 20 Minuten. Stündlich fahren Regionalzüge von nach Trient, 2, 10 Stunden, durch das schöne Shogarnatal, Borgo Val Sugana, 1 Uhr 5 Stunden. Ebenfalls einmal pro Stunde fährt ein Regionalzug von nach Badua, gut eine Stunde, über Cittadella, 20 Minuten. Der Umstieg von Hochgeschwindigkeitszügen, Fred Charossa, Italo, sowie Nachtzügen aus Deutschland und Österreich ist in Venezia Mestre, Badua oder Vicenza, dann weiter mit Bus, siehe unten, möglich. In Trient kann man vom EuroCity aus München und Innsbruck umsteigen. Mit dem Bus Bus Linie 5 der Sogjeta Vicentina Trasporti, SVT, fährt stündlich von Vicenza, Fahrzeit eine Stunde, über Santrigo, 30 Minuten, nach Bassano. Mobilität Hauptanziehungspunkt ist die Altstadt, die einen Durchmesser von weniger als einem Kilometer hat und verkehrsberuhigt ist. Hier ist man am besten zu Fuß unterwegs. Kirchen Burgen, Schlösser, Paläste Bauwerke Museen Straßen und Plätze zentraler Platz der Altstadt Aktivitäten Hockey Bassano, Hallen Hockey der Herren, Serie A1, Heimspielstätte ist die Palar sind. Bassano Volley, Volleyball der Herren, Serie B, Heimspielstätte ist die Palar Brühl. Bassano wird es 55 SD Fußball der Serie C, Heimspielstätte ist das Stadio Rino Mörkante. Einkaufen Bassano ist bekannt für Kunsthandwerk wie Keramik, Porzellan und Möbel. Küchetypische lokale Produkte sind Kirschen, weißer Sparbel, Brokkoli sowie Bigoli, eine Art dickere Spaghetti aus Vollkornweizenmehl. Zwar ist Bassano del Grappa, anders als manche glauben, nicht nach dem Tresterbrand, sondern nach dem gleichnamigen Berg benannt. Die Namensgleichheit ist rein zufällig, es gibt aber durchaus auch Grappa aus lokaler Produktion. Weitere Ortstypische Getränke sind Tagliatella, ein Likör mit Marasca Kirschsaft, Orangenschale, Nelke und China Rinde, und andere Liköre der Distilleria Nardini sowie der Metzzö Mezzo, ein Mix aus Rotem und Rhabarberlikör, der klassischerweise als Aperitif getrunken wird, zum Beispiel während man auf der Alten Brücke sitzt. Amaro San Giuseppe ist ein lokaler Bitterlikör. Amaro San Giuseppe ist ein lokaler Bitterlikör.